Kann ich eine Arbeitsmarktrente auch mit einem Wohnsitz im Ausland erhalten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ein hochspannendes Thema, nämlich das Thema Arbeitsmarktrente, Wohnsitz im Ausland, kann ich die Arbeitsmarktrente auch dann genießen, in vollen Zügen genießen, wenn ich meinen Wohnsitz im Ausland habe. Wir haben dazu wieder einmal eine Anfrage bekommen zu diesem Thema und das habe ich noch mal zum Anlass genommen und habe mir einfach noch mal Gedanken über die Rechtslage gemacht und möchte Ihnen einfach dazu mal ein paar Dinge sagen. Als allererstes, was ist die Arbeitsmarktrente? Die Arbeitsmarktrente ist eine Rente wegen Erwerbsminderung. Und zwar ist die Arbeitsmarktrente immer eine volle Erwerbsminderungsrente. Bitte nicht zu verwechseln, sie ist keine Rente wegen voller Erwerbsminderung, sondern sie ist eine volle Erwerbsminderungsrente. Hinter dieser Rente steht eine Rente wegen teilweise Erwerbsminderung und die Leute, die eine teilweise Erwerbsminderung haben und keinen Teilzeitarbeitsjob in Deutschland zur Verfügung gestellt bekommen, durch ihren Arbeitgeber oder vom Arbeitsmarkt zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben Anspruch auf eine volle Rente, eine volle EM-Rente. Das heißt also, die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung wird dann als volle EM-Rente gezahlt. Aber bitte nicht nur in der Höhe der teilweise Erwerbsminderungsrente, sondern dann in Höhe der vollen Rente, als wenn volle Erwerbsminderung vorliegen würde. Liegt sie aber nicht. So, dazu gibt es eine BSG-Rechtsprechung, die Grundlage dann einer langen Rechtstradition in Deutschland ist. Das heißt also im Grundsatz, dass die deutsche Rentenversicherung immer noch aktuell davon ausgeht, dass der sogenannte Teilzeitarbeitsmarkt in Deutschland verschlossen ist. Das heißt also, es gibt einen solchen Teilzeitarbeitsmarkt aktuell noch nicht. Ich sage das Wort noch nicht. Wir wissen also nicht, wie es in der Zukunft aussieht, vor allen Dingen mit dem Fachkräftemangel. Ob dann doch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber immer mehr Teilzeitjobs anbieten, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber letzten Endes ist es einfach so, das steckt hinter dieser Rente. Also Sie merken sich bitte, Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. Sie bekommen keinen Teilzeitjob im Rahmen Ihres zur Verfügung festgestellten Restleistungsvermögens, drei bis unter sechs Stunden. Ihr Arbeitgeber kann Ihnen keinen Teilzeitjob zur Verfügung stellen. Oder aber die Bundesagentur ist nicht in der Lage, Ihnen einen solchen entsprechenden Job zu vermitteln. Davon geht die deutsche Rentenversicherung aus und deshalb bekommen Sie die volle EM-Rente. So und jetzt ist es so, jetzt gibt es ja doch den einen oder anderen, der die EM-Rente bekommt und sagt, juhu, einwandfrei, ich fliege jetzt, ich setze mich jetzt ins Flugzeug und gehe nach Paraguay und lebe da jetzt einfach und schicke der Rentenversicherung eine Nachricht. Ich bin jetzt in Paraguay. So, ja, dann ist das für Sie sozusagen eigentlich schon der, das Anfang oder der Anfang vom Ende, denn da gibt es nämlich eine Vorschrift im Paragraf 112 SGB VI. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Da steht Folgendes drin oder ich gehe noch mal ganz kurz in das nichtamtliche Verzeichnis zurück. Da sehen Sie bitte mal, hier haben wir den fünften Abschnitt im SGB VI und da gibt es die sogenannten Leistungen an Berechtigten im Ausland. Das sind also zum Beispiel Deutsche, die Rentenleistungen im Ausland genießen. Das heißt also, die eine deutsche Rente bekommen und im Ausland leben. So und da gibt es entsprechende Grundsätze dafür und unter anderem auch den Paragraf 112 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit. Und jetzt schauen Sie mal, was da im Satz 1 steht. Im Satz 1 steht, berechtigte erhalten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit eine Rente nur, wenn der Anspruch unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte es Ihnen ja eingangs schon erklärt. Die Arbeitsmarktrente ist eine vom Arbeitsmarkt abhängige Rente. Das heißt also, unser Kunde, der hier so Juhu gemacht hat, ich fliege jetzt nach Paraguay, der bekommt in dem Moment, wo er seinen dauerhaften Wohnsitz in Paraguay hat und dass der Deutsche Rentenversicherung mitteilt, seine volle Erwerbsminderungsrente nicht mehr ausgezahlt, sondern nur noch die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung. So ist die Rechtslage zumindest hier in dieser Vorschrift. Aber, meine Damen und Herren, ich will damit nicht sagen, dass das in Stein gemeißelt ist und dass nun alle von Ihnen, die zum Beispiel jetzt eine volle EM-Rente bekommen wegen Arbeitsmarktlage, also die Arbeitsmarktrente, dass die dann Angst haben müssten, dass wenn sie jetzt zum Beispiel Ihren Wohnsitz von Deutschland nach Spanien verlegen oder Ihren Wohnsitz von Deutschland nach Holland oder Ihren Wohnsitz von Deutschland nach Frankreich oder nach Portugal oder nach Polen oder in die Tschechei oder nach Ungarn oder nach Österreich, dass Sie dann Angst haben müssten, dass Ihnen die Arbeitsmarktrente da um die Ohren fliegt. Nein, meine Damen und Herren, das ist damit nicht gemeint, denn dann gibt es nämlich Sondervorschriften, die im Grunde genommen hier auf europäisches Recht zurückgreifen. Und das steht zum Beispiel im Paragraf 110 Absatz 3. Das ist eine ganz wichtige Vorschrift. Die darf man nicht vergessen in diesem Zusammenhang. Die Vorschriften dieses Abschnittes, also des fünften Abschnittes, sind nur anzuwenden, wenn nicht nach über- oder zwischenstaatlichem Recht etwas anderes bestimmt ist. Meine Damen und Herren, ich habe schon mal geguckt, Deutschland hat mit Paraguay kein SV-Abkommen. Da bin ich mir relativ sicher. Da fliegt Ihnen die Arbeitsmarktrente um die Ohren. Aber, meine Damen und Herren, wenn Sie nach Spanien auswandern wollen oder Sie wollen nach Holland gehen oder nach Frankreich oder meinetwegen auch nach Norwegen oder Schweden oder Finnland, das ist egal, oder Polen, dann haben Sie weiterhin Anspruch auf die volle Rentenzahlung. Und zwar aus folgendem Grund. Der Paragraf 110 Absatz 3 sagt, die Vorschriften dieses Abschnitts sind nur anzuwenden, wenn nicht nach zwischen- oder überstaatlichem Recht etwas anderes bestimmt ist. Und, da kann ich Sie schon beruhigen, es gibt eine Verordnung, das ist die Verordnung 883 aus 2004, also eine EG-Verordnung. Und dort gibt es einen Artikel 7. Und diesem Artikel 7 steht drin, sinngemäß drin, dass Rentenleistungen, die vom Heimatland gezahlt werden, nicht deshalb gekürzt werden dürfen, dass der Berechtigte, der Rentenempfänger, in ein anderes EU-Land umzieht und dort seinen Wohnsitz hat. Das heißt also, wenn Sie nach deutschem Recht eine Arbeitsmarktrente bekommen und Sie gehen nach Spanien, dann greift für Sie nicht der Paragraf 112, also Streichung der Arbeitsmarktrente, sondern es greift für Sie die Schutzvorschrift des Artikel 7 der Verordnung 883 aus 2004, Das ist eine EG-Verordnung, die gilt für das gesamte EG-Gebiet, auch für Deutschland. Und deutsche Rechtsanwender müssen diese Verordnung zwingend anwenden, und zwar nach Paragraf 110 Absatz 3 SGB VI. Im Rentenrecht ist es zumindest so, sodass Ihnen die deutsche Rentenversicherung hier die Arbeitsmarktrente nicht wegnehmen darf, nur weil Sie nach Spanien umgezogen sind. Aus anderen Gründen darf Sie Ihnen die sicherlich wegnehmen. Ein anderer Grund wäre zum Beispiel, jetzt werden Sie wahrscheinlich raten, was ich Ihnen da sage, ganz einfach, eine Arbeitsmarktrente ist grundsätzlich befristet. Sie kriegen die niemals unbefristet. Das heißt also, die deutsche Rentenversicherung wird Ihnen, wenn Sie nicht eine Weitergewährung beantragen, dann die Rente einfach irgendwann mal wegnehmen. Also das heißt, die Zahlungen einstellen, weil die Befristung dann ausgelaufen ist. Sie müssen also bitte ein paar Monate vor Ablauf der Befristung die Arbeitsmarktrente hier neu beantragen, auch wenn Sie in Spanien leben. Und wenn Sie in Spanien leben und die Arbeitsmarktrente dann nicht neu beantragen, also die volle Erwerbsminderungsrente, abhängig von der Arbeitsmarktlage dann, dann bekommen Sie aber trotzdem die Rente wegen teilweise Erwerbsminderung weitergezahlt. Wenn die üblicherweise dann unbefristet ist, sollte diese teilweise EM-Rente auch befristet sein, müssen Sie auch für diese die Weitergewährung beantragen. Das ist anders rechtlich dann nicht möglich. Und noch zum einen, ich hatte es ja vorhin eingangs erwähnt, die deutsche Rentenversicherung ist oder hat in Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit weiterhin die Rechtsauffassung, dass es in Deutschland einen verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkt gibt. Das heißt also, das ist sozusagen jetzt die aktuelle Rechtslage. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die deutsche Rentenversicherung hier etwas anderes in anderen Ländern auch nicht anwendet, weil sie nämlich, ist mir zumindest nicht bekannt, dass die deutsche Rentenversicherung oder andere Rentenversicherungsträger zum Beispiel in Spanien oder in Holland oder in Frankreich sich Auskünfte über einen eventuellen Teilzeitarbeitsmarkt von deren Behörden einholen und dort sozusagen andere Maßstäbe ansetzt, als sie dies in Deutschland tun würde. Da hätte ich dann schon extreme Bedenken im Hinblick auch auf die Verordnung, die ich Ihnen zitiert habe und den Artikel 7 der Verordnung 883 aus 2004. Also meine Damen und Herren, für alle diejenigen Deutschen oder Ausländer, Ausländer, die im Ausland leben und eine deutsche Arbeitsmarktrente bekommen. Sie können sich freuen, solange wie sie im EU-Ausland leben, dürfte es da keine Kürzung geben. Ihre Rente wird Ihnen dann weggenommen, wenn die Befristung ausläuft. Sie wissen jetzt auch, eine Arbeitsmarktrente ist grundsätzlich befristet. Sie müssen die Weitergewährung beantragen. Wenn Sie aber in einem nicht-europäischen Ausland leben, welches kein SV-Abkommen mit Deutschland hat, dann müssen Sie davon ausgehen, dass die Arbeitsmarktrente dann für Sie weg ist. Das gilt aber nur bei dauerhaften Wohnsitz in dem entsprechenden Ausland. Wenn Sie mal nur vor vier Wochen oder sechs Wochen oder acht Wochen nach Kambodscha fliegen mit einer Arbeitsmarktrente, nimmt Ihnen die Rentenversicherung sicherlich diese Rentenleistung nicht weg. Sie sind im Übrigen nicht verpflichtet, einen Urlaub von acht Wochen oder von zwölf Wochen der deutschen Rentenversicherung anzuzeigen. Das sind keine meldepflichtigen Tatsachen. Aber eine meldepflichtige Tatsache ist der Wohnortwechsel innerhalb Deutschlands, aber natürlich auch, wenn Sie in das Ausland verziehen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich habe dazu noch mal einen Textbeitrag gemacht. Wir haben im Übrigen unsere Rechtsauffassung aus einem Beitrag aus 2018 aufgegeben. Wir waren damals noch der Auffassung, dass die Arbeitsmarktrente grundsätzlich bei Wohnortwechsel ins Ausland, damit haben wir das gesamte Ausland gemeint, auch das EU-Land einzustellen ist, die Zahlung einzustellen ist. Das ist aber so nicht ganz korrekt. Und das haben wir damit auch jetzt aufgehoben. Wir haben es auch in dem neuen Textbeitrag noch mal mit einem Sternchen dazu gekennzeichnet. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.